Open Office, ein schon vorhandenes Format, auf andere Zeichen übertragen. Ich markiere den formatierten Text, gehe mit dem Mausfeil zum Startpunkt, klicke mit der linken Maustaste, behalte den Klick bei, ziehe mit der Maus zum Endpunkt, lasse dann die linke Maustaste wieder los, klicke anschließend auf das Symbol Format übertragen und markiere nun den Text, auf den das Format übertragen werden soll. Vielen Dank.